Sie suchten das Abenteuer fern von der eigenen Welt. Doch eine andere Welt wurde ihnen zum Verhängnis. Hügel der blutigen Augen. Ich warne Sie, es gibt niemanden, der Sie da rausholen könnte. Sie wissen ebenso gut wie ich, was hier vor fünf Jahren passiert ist. Die da drin sind schlimmer als wir Menschen und das heißt was. Feine Gegend. Weißt du vielleicht auch ganz zufällig, wo wir sind? Was wie ein Ausflug begann, wurde zu einer Fahrt in die Hölle. Ich lasse mich nicht unterkriegen von euch. Wo seid ihr? Lassen Sie, lassen Sie mich in Ruhe. Eine Begegnung mit Kreaturen, deren Denken zu Urtrieben degeneriert ist. Hügel der blutigen Augen. Nehmen Sie mir mein Kind wieder. Welches Kind? Wesen von einem anderen Stern sind auf der Erde gelandet, um sich menschlichen Lebens zu bemächtigen. Hügel der blutigen Augen. Wie oft soll ich noch sagen, dass ich kein Arzt mehr bin? Ich kann euch nicht helfen. Ich weiß, wann ihr Menschen uns belügt. Ja, wir sind wie ihr seid, herzlos und trausam. Sie sind alle wahnsinnig geworden. Der Zusammenprall von Menschen und Außerirdischen. Die totale Verachtung des Lebens führt direkt an die Katastrophe. Der Verlust der Vernunft ebnet den Weg ins Chaos. Hügel der blutigen Augen. Hügel der blutigen Augen nennt man die Landschaft, in der dies unglückselige Zusammentreffen stattgefunden hat. Ein Schlachtfeld des Wahnsinns. Töte das Baby! Niemals! Dieser Film fordert Ihren ganzen Mut. Dieser Film stellt Ihre Nerven auf eine fast unerträgliche Belastungsprobe. Bleib oben! Er kommt wieder! Hügel der blutigen Augen. Das schockierende Bild einer Zukunft, die bereits begonnen hat. Trauen Sie niemandem. Prüfen Sie genau, wem Sie freundlich guten Tag sagen. Die Außerirdischen sind unter uns. Leben Sie, solange Sie es noch können. Hügel der blutigen Augen. Der schockierendste Film des Jahres. Der schockierendste dijạnh. Untertitelung des ZDF, 2020